hier drauf achten einfache messung ja hier kann man umschalten zack kann man eingeben parametre was man alles hat ja diese ganzen werte diese was man braucht ja kalibrieren zum kalibrieren braucht man auch werkzeug ja sowas hier wollen sie überschreiben nein dann machen wir messlauf machen wir ganz so bearbeiten messlauf umschaltmessung da machen wir ganz einfache messung jetzt steht hier drauf start drücken drücken wir auf den start noch mal jetzt ist es richtig den auswuchtpunkt gefunden jetzt sehen wir oben unten den werk ja winkel und hier kann man auch kein winkel sehen ja drücken das war's 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 war's das war's war's war's